So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben den ganzen Tag darauf gewartet, dass endlich die Dezember-News rauskommen. Jetzt 19 Uhr war es soweit, morgen 10 Uhr ist Raid-Boss-Wechsel, wir wussten bis jetzt nicht, was morgen in die Raids kommt. Und jetzt habe ich gleich hier zwei Seiten für euch auf. Wir wollen direkt mal in die Dezember-News reinspringen, beschäftigen uns danach aber auch noch mit dem Quiekel-Rauchtag, ja. Das Bild sieht schon mal wieder so genial aus, Quiekel, dieses kleine, schweinische Pokémon, hier Rauch, zack, in der Höhle, feiere ich auf jeden Fall. Dezember-News, Feldforschungsdurchbruch, ihr wisst, jeden Monat ist ein Pokémon im Feldforschungsdurchbruch, manchmal gut, manchmal schlecht, alle wünschen sich wieder die Legendären in den Feldforschungsdurchbruch, im Dezember wird es Capuno geben. Capuno im Feldforschungsdurchbruch, ihr habt also viermal die Möglichkeit dazu. Adi, nein, jetzt nicht, bitte. Viermal die Möglichkeit dazu und nimmt es noch auf? Ja, der Adi hat nämlich letztens die Aufnahme beendet, ich habe das nicht gesehen, weil der hier über die Tastatur getanzt ist. Und es kann natürlich Shiny sein. Habt ihr schon einen Shiny Capuno? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe die Familie voll, freue mich aber trotzdem. Kann man ja nochmal ein Gutes bekommen, eben aus den Aufgaben, aus dem Durchbruch, aus den Forschungen, haben die immer relativ gute IV. Und Bonbons nimmt man natürlich auch mit. Fangt es bitte immer mit Gelber Beere, dass ihr doppelte Bonbons bekommt. Jeden Montag wird es wieder so weit sein, dass ihr ein Bundle bekommt mit einem kostenlosen Fanrate-Pass im Shop, beziehungsweise wird wieder für ein Pogecoin, eine Pogemünze, ein Fanrate-Pass in einem Bundle bereit liegen. Und es wird doch wohl möglich sein, in einer Woche wenigstens eine Pogemünze zu sammeln. Setzt euch halt in Arenen, das ist trotzdem Free-to-Play erreichbar, dass ihr diesen Pass mitnehmen könnt. Dann haben wir Pokémon in Raid-Kämpfen. Also das hier wird natürlich am Morgen, hier seht's, Mittwoch, 1. Dezember, ab 22 Uhr. Bis Samstag, 1. Januar, 22 Uhr wird das sein. Macht nicht vorher euren Feldforschungsdurchbruch, das ist erst ab Abends aktiv. Wenn ihr jetzt ein Capuno haben möchtet, macht das erst morgen Abend nach 22 Uhr. Holt das da erst ab. Pokémon in Raid-Kämpfen. Ich hab die ganze Zeit schon gesagt, dass es sehr interessant wäre, wenn Kiyurim, Regiram und Sekrom kämen. Ich hätte mich übelst gefreut, wenn Kiyurim zwei Wochen da ist und danach Sekrom eine Woche, danach Regiram eine Woche, weil die sind heftiger als Kiyurim. Jeder eine Woche würde übelst genial passen. Und dann, Kiyurim hat ja noch schwarz und weiß die Form alles, aber wie ich das sehe, ist es wieder komplett anders. Und nein, sie machen beide gleichzeitig. Na jentig, was machst du denn? Es ist zwar trotzdem theoretisch so, dass zwei Wochen Kiyurim da ist, okay. Aber dann ist zwei Wochen Regiram und Sekrom zusammen da. Und die starten auch noch. Es ist also wieder kompletter Bullshit. Ich hätte doch Kiyurim zwei Wochen gemacht, okay. Eine Woche Regiram, dann eine Woche Sekrom. Nein, wir starten am 1. Dezember bis zum 16. Dezember mit Regiram und Sekrom. Beide gleichzeitig in den Raids. Beide können shiny sein. Kiyurim kann dann auch shiny sein. Wie kommt man auf sowas? Ich verstehe es nicht. Regiram, Sekrom, Kiyurim kehren im Dezember zurück. Zum ersten Mal könntest du sie auch schillernd bekommen. Die Raid-Wechsel finden an den angeführten Terminen immer 10 Uhr statt. Das wisst man ja. Also schreibt es euch in den Kalender. 1. bis 16. Dezember, Regiram, Sekrom. Wir werden am Wochenende auf jeden Fall auch wieder Raids für Zuschauer machen. Gerade bei denen. Ich werde sicherlich auch wieder mitmachen. Ich habe von allen drei Pokémon Hunder da. Ich brauche XL-Bonbons, um die Hunder da hochzuziehen. Auf der Suche nach Shiny. Ist halt natürlich doof. Es wäre schöner gewesen, wenn man eine Woche Regiram macht. Und eine Woche Sekrom. Jetzt ist halt alles gemischt. Wir basteln das aber schon irgendwie hin, dass vielleicht jedes Pokémon mindestens zwei Raids für Zuschauerfolgen bekommt. Ab dem 16. bis 31. dann also Kiyurim. Kiyurim. Obwohl da ist auch Weihnachtsevent und alles. Vielleicht dann besser, dass das einfach dann da ist alleine. Ich hätte aber trotzdem die anderen jeweils nur eine Woche gemacht. Ich verstehe es nicht. Aber trotzdem, es sind drei sehr gute Pokémon. Drei richtig geniale Pokémon. Die waren alle drei bisher auch nur einmal da. Nehmen die auf jeden Fall mit. Mega Raids. Jetzt kommt das auch noch dazu. Und schon passt es auch wieder nicht. 1. Dezember bis Donnerstag 23. Dezember kommt Mega Starlos in die Raids. Was eben richtig gut dazu gepasst hätte, wenn man Kiyurim zwei Wochen da hat. Da ist ein Fünfer. Und man kann sich gleichzeitig noch auf das Mega Pokémon konzentrieren, was neu ist. Jetzt ist Mega Starlos auch noch in der Zeit da, wo die zwei da sind. Aber das würden wir auch bei Mega Raids für Zuschauer vielleicht anbieten. Mega Starlos. 1. Dezember bis 23. Dezember. Dann 23. Dezember bis 7. Januar noch. Mega. Jetzt muss ich nochmal gucken. Steht der Name. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Vom Schnee bedeckt die Weiterentwicklung. Rex Blisar. Genau. Rex Blisar danach. Rex Blisar war bisher auch einmal da. Da wird sicherlich einigen auch noch die Mega Energie fehlen. Holt euch Mega Rex Blisar. Nehmt euch jetzt das Starlos mit als neues. Als neue Mega Entwicklung. Kann natürlich auch alles shiny sein, was ihr so seht. Ihr habt hier die Raid Stunden. Das ist so blöd gemacht. Bei den Raid Stunden natürlich. Klar, wenn die jetzt zwei Wochen da sind, sind natürlich auch in der Raid Stunde beide gleichzeitig da. Was ich halt richtig doof finde. Hätten die nicht eine Raid Stunde das eine, eine Raid Stunde das andere. Und dann ist es halt so, dass Kyurem zwei Raid Stunden bekommt. Jetzt seht ihr hier 1. Dezember, 8. Dezember und 15. Dezember. Oh mein Gott, das sind ja drei Wochen. Also sind drei Raid Stunden. Bei Rishiram und Sekrom. Es gibt drei Raid Manias mit Rishiram und mit Sekrom. Ich werde auf jeden Fall die Raid Manias mitnehmen. Ich werde nichts sagen. Ich bevorzuge das oder das. Ich brauche von jedem also 100 Raids. Ich werde drei Raid Stunden mitnehmen. Ich werde eure Einladungen annehmen. Wir werden zusammen raiden. Gucken, ob wir das Shiny im Stream bekommen. Was natürlich richtig genial wäre. Schreibt euch das auf. Obwohl müsst ihr nicht. Ihr wisst, Mittwoch ist immer Raid Stunde. Also Rishiram und Sekrom kriegen jetzt dreimal am Mittwoch die Raid Stunde. Und dann 22. und 29. Kyurem. Auch noch hinterher. Pokémon Rampenlichtstunden. Was haben wir da am Start? Wir haben Electek am 7. Dezember. Finde ich mega stark. Ist ein richtig krasser Elektroangreifer. Seitdem das sein Seat Day hatte, habe ich dann auf XL Bonbons nochmal gehofft. Jetzt kommt das zurück. Können wir fangen am 7. Dezember. Electek in der Rampenlichtstunde. Ist jetzt schon mein Favorit von allen vier, die hier stehen. Ihr habt am 14. Dezember Magma. Mit Doppeltentwicklungsep. Ist okay. Ist auch Seat Day Pokémon. Bei Electek doppelte Verschicktbonbons. Okay. Am 21. Dezember Schneebedeck mit Doppeltfang-EP. Ist okay. Wer das Shiny braucht. Und dann haben wir noch Pet Sneave mit Doppeltfang-Bonus. Bonbons meine ich. Es gibt keine. Kein Doppelstaub diesmal im Dezember. Aber alle Pokémon eben wieder als Shiny verfügbar. Mein Favorit auf jeden Fall Electek. Community Day wisst ihr ja. Am 18. und am 19. Dezember würde es den Community Day geben. Das Best-of vom ganzen Jahr. Da sechs Pokémon. Da sechs Pokémon. Da gab es ein extra Video dazu. Was ich auch schon gemacht habe. Dann habt ihr hier nochmal bevorstehende Events. Die Jahreszeit. Der Herkunft. Der Rauchtag mit Quiegel. Das Drachensteigen-Abstieg. Die Drachen-Stiegen-Abstieg. Pokémon-Go-Feiertage. Teil 1 und 2. Für das meiste ist nichts bekannt. Aber schreibt euch halt die Daten schon mal auf. Es wird auf jeden Fall etliche neue News noch dazukommen. Jahreszeit der Herkunft. Ja. 1. Dezember. Wir begeben uns zur Vorbereitung auf die Pokémon-Go-Tour. Joto gemeinsam auf die Spuren der Vergangenheit. Die Jahreszeit der Herkunft endet am Dienstag, dem 1. März. Das sind also die nächsten drei Monate stehen einfach unter diesem Banner. Rauchtag mit Quiegel am Sonntag, den 5. Dezember. Also diesen Sonntag ist ein Rauchtag mit Quiegel. Von 11 bis 17 Uhr wird Quiegel häufiger vom Rauch angelockt. Auch andere Eis- und Boden-Pokémon werden an diesem Tag vom Rauch angelockt. Da würde ja am Sonntag eigentlich schon wieder Rates für Zuschauer rausfliegen wegen dem Rauchtag. Aber eigentlich finde ich Rates für Zuschauer fände ich jetzt cooler als den Rauchtag, weil das eben zwei heftige Pokémon sind. Und Quiegel auch natürlich ein Seaday-Pokémon ist, aber trotzdem auch ein nützliches Pokémon. Also jetzt bombardieren sie dich wieder zu mit allem. Dienstag, 7. Dezember bis Sonntag, 12. Ein von der legendären Drachenstiege in der Einheilregion inspiriertes Event. Weitere Infos folgen bald. Und dann hast du hier noch am 16. Dezember beginnt was. Bis zum 31. Dezember wird sicherlich das Weihnachtsfest sein. Also ist das nicht genial? Ist das nicht krass? Ich freue mich total. Ich finde es übertrieben heftig. Aber manches finde ich auch richtig kacke. Eben die Aufteilung, dass die zwei Wochen kommen. Gleichzeitig finde ich richtig scheiße. Ich hätte Kiyurim zwei Wochen gemacht und da jeweils eine Woche bei den beiden. Aber gut, wenn man unbedingt eins haben will, hat man für eins mehr Zeit. Hat auch alles wieder Vor- und Nachteile. Wie findet ihr das? Freut ihr euch auf Sekrom? Freut ihr euch auf Rijiram? Was sagt ihr zu Kiyurim? Freut ihr euch da auch drauf? Werdet ihr Starlos Raiden? Braucht ihr noch Mega-Energie für das Rexblisar? Welche Rampenlichtstunde gefällt euch am besten? Bei mir ist natürlich Elektek und wir könnten noch kurz den Rauchtag mit Kwiegel beleuchten. Da steht ja auch alles hier dabei nochmal. Am Sonntag also von 11 bis 17 Uhr Ortszeit Kwiegel. Ja, steht im Mittelpunkt. Kriegt exklusive Attacke hier Antikkraft. Es gibt Eventfeldforschung. Es gibt eine Box mit zweimal Rauch für einen Coin im Shop. Und andere Eis-Pokémon gibt es auch. Und zwar immer von 11 bis 12, von 12 bis 14 und von 15 bis 16. Jorob, Rosanna, Sneebel, Schnäppke, Schneebedeck, Gelatini. Mit etwas Glück begegnet ihr Galaflampion. Und diese, die Boden-Pokémon kommen dazwischen. Das ist also wieder so ein geteilter Tag. Kwiegel wird die ganze Zeit verfügbar sein. Und stündlich wechselt das Habitat von Eis zu Boden, von Eis zu Boden, von Eis zu Boden. Im Eis-Habitat. Also wie gesagt, Jorob, Rosanna, Sneebel. Sneebel ist sehr genial. Schnäppke, Schneebedeck, Gelatini. Wer da noch Bonbons braucht. Von der Eistüte Galaflampion. Richtig guter Eisangreifer. Und im Boden-Habitat. Onyx, Dragosso, Rihorn. Felino, Funfieh, Schmerbe oder Lavita. Kann man auch noch was mitnehmen. Das hätte eigentlich ein extra Video nochmal werden müssen von dem Teil. Aber wir hauen einfach gleich alles zusammen raus. Ist auf jeden Fall schon diesen Sonntag. Merkt euch das. Diesen Sonntag. Ja, Quiekel, Rauchtag. 11 bis 17 Uhr. Es fängt also mit Eis an. 11 bis 12. Dann 12 bis 13 Boden. Dann wieder Eis. Dann wieder Boden. Dann wieder Eis. Dann wieder Boden. Ihr könnt gerne auf der Pokémon Go Live Seite das alles explizit nochmal nachlesen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wie ich das mache mit dem Quiekel, Rauchtag und mit den Raids. Das werden wir alles noch sehen. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, was es ist. Und es wird auf jeden Fall fett. Das war es von meiner Seite aus. Wir werden morgen Community Raids machen mit... Mit Zekrom und mit Regi-Rahmen. Da muss ich wieder ein bisschen tricksen. Der Erste weiß ich nicht, wer da drin ist. Und beim Zweiten muss ich warten, bis er auf ist, dass wir dann das Gegenstück noch haben. Also morgen Community Tab im Auge behalten. Morgen wird es zwei Videos geben. Auch wieder Stress pur. Peace out Vorhaut. Euer Ramses.